Hallo ihr Lieben, ich bin's Xally und weiter geht es mit Guild Wars 2, Lebendiger Welt. Falls ihr richtig geraten habt, dann wisst ihr jetzt, dass das Kapitel 5 ist von der Lebendigen Welt, dritte Staffel. Und dies ist Folge 3. Hallo Ben! Hey, grüß dich Ronja, hallo alle. Ihr habt es gerade nicht mitbekommen, weil der wollte gerade schon sagen, nee, ich will alleine joggen und so, und das ist doof, und warum muss ich mich so zusammenreißen und so. Und dann habe ich gesagt, nein, heute nicht, mein Freund, du musst noch. Und jetzt kann ich nämlich nicht zocken. Tut mir leid, dass ich dich jetzt schon wieder voll geoutet habe. Du hast mich völlig enttarnt, ja. Voll, voll. Okay, unsere Quest, ach, warte mal ganz kurz, ich muss es auch erst wieder auf Deutsch umstellen. So, unsere Quest heißt Ankunft, Überleben. Wir sind auf der Insel beim Feuerring Draconis Mons angekommen und müssen jetzt den Hügel hinaufgehen. Das klingt nach einer ziemlich simplen Quest. Komm, wir können hier so ein Thermorohr nehmen. Warum gehen, wenn wir auch flutschen können? Nice. Hey, als hättest du es vorher gewusst. Nice. Oh, da kommt die Stimme. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Der Wind, der Himmel, das Land. Ihr müsst euch beeilen. Aha. Aha. Und hier haben wir jetzt wieder ein wiederholbares Herz. Okay. Dann schauen wir mal, was wir machen müssen. Hälfte im Spähtrupp. Rettet Speer von umschlingenden Ranken. Sichert den Verteidigungsring, in dem ihr verdächtige Büsche untersucht und einheimische Raubtiere jagt. Aha. Ich finde das schon klasse, dass sie jedes Kapitel eine neue Zone einführen, ne? Finde ich auch hammer. Total cool. Beim ersten Kapitel dachte ich schon so, oh, und das ist jetzt die neue Zone. Für die ganze Staffel. Aber nein. So, es gibt auch hier wieder tägliche Quest. Tägliche Erforschung von Draconis Mons. Tägliche Höhentour. Tägliche Event-Koryphäen von Draconis Mons. Täglicher Strauß Feuerorchideen. Täglicher Spittenboss oder Pilzboss. Alles klar. Das heißt, da ist nicht wirklich ein großer Unterschied zu den anderen Kapiteln. Es gibt wirklich auf jeder... Oh Gott. Taschenraptoren. Ich hasse Taschenraptoren. Die sind so gefährlich, obwohl die so klein und niedlich sind. Guck mal hier, wackele ich mal in dieser verdächtigen... Ja, mit dem Typen habe ich schon gequatscht. Und jetzt müssen wir den Wissenschaftler finden, der das Ordnungsgerät hat. Und gleichzeitig würde ich sagen, machen wir hier die Quest. Wobei wir müssen ein bisschen in die andere Richtung, sehe ich gerade. Ja, eben genau. Das ist der Taschenraptor angelockt. Oh nein! Ich habe ihn. Ich habe ihn. Du meinst, mit dem Taschenraptor hast du dich gerade noch kurz... Bist du alleine zurechtgekommen? Ich habe es gerade so geschafft, ja. So gerade so eben. Ah, hier ist noch ein Taschenraptor. Oh nein! Ah, ich hasse diese Smog-Schuppen. Smog-Skill. Es ist so ungewohnt, das Spiel auf Deutsch zu haben, aber ich mache das immer für die... ...für die Quest-Videos. Hi, ihr nähert euch. Okay. Äh, damit ich die besser vorlesen kann. Damit ich den hier nicht, äh, zu später Stunde noch, ähm, auf Englisch vorlesen muss. Hier ist noch ein Vista da oben. Wie kommt man denn da rauf? Oh, so cool. Ist da irgendein Pilz? Stimmt, ist da oben runter, oder? Ja, oder vielleicht ist da ein Pilz. Unser Freund ist hier? Welcher Freund? Aha. Not sure I'm a fan of this. Piratis Erlösung. Ja, hab ich auch gerade bekommen. Aber das war eine, ähm, Sehenswürdigkeit. So. Wir müssen hier nicht... Ach, diese... Ich hasse diese Smog-Skills. Äh. Okay, darauf kommen wir jetzt, glaube ich, gerade noch nicht. Ja, spontan nicht. Nee, müssen wir nicht mehr. Was ist denn das für ein Symbol? Uran... Ur... Uranfängliche Orchidee. Uranfängliche... Äh, Orchidee. Eine Uranfähige Orchidee. Uranfähige Orchidee. Dachte ich so, was? Ah. Ich dachte, das ist immer so lustig, wenn diese kleinen Asura so eine negative Stimme haben. Das ist immer so lustig, wenn sie nicht mehr so lustig sind. Kannst du mir zeigen, wie der Tracker funktioniert? Ich bin afraid, der Tracker könnte irreparably damage sein. Oh nein. Ich habe nicht mehr so lustig, aber ich werde das Endeavor noch machen. Ich fühle mich, um zu sehen, ob die Lichter grün wird. So. Oh, liebe Mensch. Ich weiß nicht, wie du jetzt findest du ein Tymys-Device. Guck mal nach, ob das Licht grün wird. Bäm. 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 Nässelberand. Krassig erst mal. Wir haben die Ankunft überlebt. So, Jagd auf einen Gott. Ja, aber so ein bisschen wie damals hier bei Guild Wars 1, wo man dann Abaddon killen musste. Boah, da sagst du jetzt schon wieder was, ne? Guild Wars 1, keine Ahnung. Das ist viel zu lange her und hab ich ja auch dann nicht bis zum Ende gespielt und so. Jetzt hast du dich geoutet. Es steht 1-1. Jaja, ich weiß. Das wissen die aber schon. So, klopft mal hier noch ein bisschen Sachen auf den Weg. Das zählt ja alles. Da vorne sag ich, die... Oh ja! Eine Uranfähige. Uran? Ah, kein Sammelwerkzeug ausgerüstet? Was? Feuerorchidienblüte. Zum Nutzendoppelklicken. Tatsache? Ich hab keine Axt ausgerüstet. Das geht natürlich nicht. Uh. Ja, super. Ein der heiligsten Orte der Welt und wir klappen hier die Orchideen tot. Das ist richtig klar. Ja, ja, ja. War schon klar. Boah, weißt du, apropos Orchidee, weißt du, was totgegangen ist beim Umzug? Meine Orchidee. Nein. Ich hatte ja genau eine Pflanze, die bei mir überlebt hat, ne? Über Jahre. Die hatte ich schon in meiner Studentenwohnung. Und? Was ist passiert? Die Putzfrau hat sie weggeworfen. Nein! Doch! Als letzter Akt. Voll gemein. Oh, was ist denn hier los? Und die hat bei mir einfach wirklich voll überlebt. Was zur Hölle? Ähm. Alter, das geht hoch. Was zum Teufel? Jetzt schon Höhenangst. Bleib mal stehen hier. Ah, ich bin schon runtergeflogen. Oh mein Gott! Ich will doch einen Screenshot machen, das hier krass ist. Oh Gott, jetzt greift mich hier irgendwas an. Tausend Zerstörer an vielleicht. Das ist mir hier kurz. So, Orderein kann Ordere nicht stabilisieren. Wir killen alles. So, kein Problem. Uh, okay, da ist irgendwer drin. Ich mein, ich glaub wir müssen da... Hier geht's rund... Hier geht's abwärts. Ja, wir sind ja zwei riesige Ströme, also ich würd eher sagen wir gehen eher aufwärts, oder? Ähm... Ja, ich weiß... Hier vorne ist die Leylinien, äh... Drogenküste. Echt? Och wie cool. Gehen wir mal auf jeden Fall nach oben. Ja... Oh... Titanenkehle entdeckt. Wo bist du jetzt hingeflogen? Ich bin jetzt in den höchsten Aufwind hier. Ah! Okay. Okay, man nimmt keinen Schaden da dran. Boah, außer meine Augen, die nehmen Schaden da dran. Okay, ich bin auf der falschen Seite, glaub ich. Ja, ich weiß auch nicht genau, ich muss grad mal... Ich flieg da gerade einmal drumherum. Boah. Ja, weißt du, groß, ich kann's doch gar nicht, äh... richtig realisieren, was das für ein Kristall ist. Ja, ich hab keine Ahnung. Sieht total cool aus, auf jeden Fall. Hier ist auch so eine Essenz der Eichen, äh... Herzen. Äh... Mit der man dann wahrscheinlich irgendwie nach oben kann, oder so. Also ich hab den Windreiter Vorsprung... Alter Schwede, was geht denn hier ab? Boah, ich glaub, hier geht's richtig runter. Uralte Senke entdeckt? Aber ich mein, du sucht am höchsten Punkt des Vulkans und beides an. Wenn du nach unten fliegst, bist du ja nicht... ...nicht ganz so richtig, würd ich behaupten. Ähm, okay, das hab ich noch gar nicht gelesen, da hast du natürlich vollkommen recht. Manchmal bin ich wirklich sehr hoch geflogen, aber ich weiß grad nicht, wo es weitergeht. Ähm... Aber warte, hier ist noch ein Aufwind. Ah, hier... Ich bin auch auf dem Weg. So, jetzt kann ich hier wieder... ...Aufwinde nehmen. Warte, ich bin ja richtig... Oh Gott. Bist du da ganz rauf gekommen? Ja, ich bin sehr weit... Ne, ganz rauf nicht, aber ich bin sehr weit oben. Irgendwie ist hier alles Gold und glänzt und... ...tut weh in den Augen. Sagst du es vorhin, oder? Haha, ja. Ich guck auf jeden Fall mal, ob ich hier noch raufkomme. Ich bin da auch kein Eingang. Ich bin jetzt ein bisschen weg von dem Vulkan geflogen. Hm, guck ob ich hier noch... ...irgendwie weiterkomme. Ne. Also ich vermute ehrlich gesagt, das ist... ...ein eingefrorener Vulkan, weißt du? Also oben dieses... Irgendwie so, oder? ...das, was einem Augen weh tut... ...das sieht aus als mehr wie so eingefrorene Lava, nenn ich es mal... ...versteinert, kann man auch nicht sagen, ne? Oh, alte Senke entdeckt. Ich bin jetzt auch... Ja, da war ich auch. Ich bin einmal um den Vulkan oder um diesen Kristall eigentlich... ...herum geflogen. Jetzt hab ich hier noch ne... ...Orchidee entdeckt. Ich bin jetzt ein bisschen weiter weg, aber ich... ...ich bin grad dabei, das hier... ...zu Fuß zu erkunden. Mhm. Ob ich da rauflaufen kann. Hier sind nur jede Menge Zerstörer. Oh! Ach, krass, ey. Das packte ich fast wieder ganz unten. Wow, wie krass! Hier ist jetzt... ...okay... ...hier bin ich jetzt, ähm... ...so ne Rampe hochgelaufen eigentlich. Aha. Und, äh, bin jetzt wieder in einem ganz anderen Gebiet gelandet... ...wo ein uralter Schößling ist, den ich jetzt nicht da stehen lassen kann. Bist du über den Leihlinien schon gegleitet? Ne, geglitten. Geglitten, Entschuldigung. Äh, ne, die hab ich noch nicht gesehen. Oh, oh Gott, ich bin ja ganz woanders. Okay, ich komm jetzt mal wieder Richtung, ähm... Ne, weil ich mich richtiger bin, ist das Problem, weißt du? Hm. Okay, hier geht's auf jeden Fall immer noch weiter rauf. Also, ich glaub da... Aber über, äh, so zu Fuß, hier ist auch ne... ...ich bin jetzt lieber einer Wegmarke. Warte, wo bist du denn? Ich seh dich grad gar nicht. Da hinten, achso, mir geht's nämlich auch weiter hoch. Okay. Aber, ähm... Vielleicht treffen wir uns ja wieder in der Mitte. Ja, da, oder wir versuchen auf dem... ...gehen auf dem Beide den Weg und... Jaja, genau. Wenn's richtig ist. Ich meine, das, das, äh, Gebiet ist ja sowieso markiert. Das heißt, ähm... Wir können ja uns einfach mal an die Richtung halten. Ja, aber vom grünen Kreis bin ich urweit weg. Na, ich geh jetzt wieder in die Richtung. Oh, wow, das sieht so krass aus hier. Scheiße, guck... Hast du mal ganz nach oben geguckt? Ja, mega... Es gibt bitte irgendeinen Turm, ne? Oder was meinst du? Ne, das sieht aus, als sei man in einer Höhle. Das ist total crazy. Oh! Okay, hier sind Geschütztürme. Bist du denn da? Oh, ich glaube, ich bin richtig. Ich laufe jetzt wieder Richtung, äh, grünen Kreis. Ich glaube, ich bin am höchsten Punkt. Jo. Ich meine, ich bin so gelaufen. Ähm... So. Ich male es gerade auf der Karte. Ja, warte, ich versuche gerade irgendwie... Ich versuche gerade irgendwie zurecht zu kommen, weil ich bin ja gerade fast an der Wegmarke. Ach, da oben bist du, okay. Wahnsinn! Ah, ich bin richtig! Ja, aber es ist auch wieder so mega verschafften Map, glaube ich. Also es ist sehr sehr hoch. Ja. Ja, aber es wird noch ein bisschen lustig, das zu erforschen. Könnte echt, äh... Auf jeden Fall! Das sieht so groß... so groß aus und so cool! Okay, dann komme ich mal ein bisschen in deine Richtung. Aha. Hast du gesehen, wie ich es auf der Karte eingezeichnet habe? Ne, mach mal ich nochmal. Ja, warte, ich habe hier gerade noch Dialog. Aber es war so. Okay. Okay. So, Jagd auf einen Gott abgeschlossen. Sehr gut. Dann warte ich hier oben noch auf dich. Äh, beziehungsweise ich kann dir auch entgegenkommen. Bist du nur jetzt eigentlich gerade? Hier unten bei der Leihlinie. Ach, da! Ich schläge jetzt wieder so rüber zu deinem Himmel, wenn du gesagt hast, wo ich hinkommen soll. Jetzt fliegst du gerade unter mir lang, glaube ich. Ja, kann gut sein. Uh, hier ist noch ein Thermorohr. Wo schießt das mich hin? Oh mein Gott, crazy! Das hat mich irgendwo hingeschossen. Wo ich gar nicht hin will, das ist aber gut zu wissen. Ganz auf die andere Seite von der Karte. Chris. Und wo kommt man hier mit hin? Wahrscheinlich ganz nach oben. Ah ja! Sehr gut. Da müssen wahrscheinlich einige Thermorohr sein, mit denen du schneller raufkommst. Mhm. So. Aber dann würde ich sagen, dass wir die nächste Quest auf die nächste Folge verschieben. Und zwar Schutz der Druiden, die Ältesten, weil das nämlich hier oben dann abgeschlossen ist. Ähm. Die Jagd auf einen Gott. Und ich würde sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!